Wir leben ja beide im Dorfgebiet, aber was ist das genau? Das Dorfgebiet ist eines der Baulandgebiete, die eben im steiermarkischen Raumordnungsgesetz näher definiert werden und auch im Flächenwidmungsplan ausgewiesen werden. Das Dorfgebiet ist charakterisiert durch landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Bauten, also überwiegend. Es befinden sich dort aber Wohnbauten mit maximal zwei Wohneinheiten und grundsätzlich befinden sie Dorfgebiete eher in den äußeren Bezirken von Städten, also nicht in Zentrumsnähe. Und im Flächenwidmungsplan werden Dorfgebiete Ocker dargestellt.